Hey, ja klar, kann ich verstehen, dass ihr mir dafür kein Geld geben könnt, aber wenn ihr mir so ein paar coole Auto-Gadgets irgendwie zuschicken könntet, wäre auf jeden Fall mega nice. Ne, ist klar, kann ich verstehen. Super. Ne, ne, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr mir das geschickt habt. Okay, dann mache ich dazu ein cooles Video. Dankeschön. Macht ihr denn schon wieder hier? Ach, kann doch nicht sein. Videodreh, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, warum? Geld läuft, Geld kommt, so. Probe ist jetzt ab, Präsidentenkarre ist da, YouTube-Videos, da habe ich gar keinen Bock mehr zu drehen. Ich habe hier Deals am Start und so. Läuft doch alles, was höre ich denn? Danke sehr. Oh, was sind das denn für schicke Schuhe? Äh, Croc Ultraboost, unbezahlbar. Das war doch jetzt auch absoluter Quatsch, oder? Dass ich jetzt versuche, den Leuten zu verkaufen, dass ich seriös geworden bin. Das nimmt mir doch nie im Leben irgendjemand ab. Weißt du was? Scheiß doch, Mann. Ich würde sagen, Atze for life. Gib ihm. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem wunderbaren Kanal. Und heute geht es endlich los mit dem ABC-Fahrwerk. Es wird komplett instand gesetzt. Die beiden Ventileinheiten vorne und hinten, die beiden Federbeine hinten. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es nur eins ist oder beide. Hinten haben die Domlager ja aufgegeben, zumindest auf einer Seite. Auf der anderen sind wir uns noch nicht 100% sicher. Das kommt heute alles dran. Die Teile zeige ich euch gleich. Wie jeden Samstag hänge ich hier wieder fest in Börnsen in der Werkstatt. Und es wird wieder ordentlich geschraubt. Christian ist da hinten schon fest zu Gange. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich zeige euch mal die Teile und so weiter und so fort. Los geht's. Ja, das ist hier alles schon mal so aufgebaut. Hier haben wir Moderöl, ABC-Öl hatten wir auch irgendwo. Ich glaube, das liegt hier noch irgendwie in der Tiste. Da kommt es jetzt. Ja, genau. ABC-Öl. Filter hast du glaube ich schon reingemacht, oder? Ne. Ne. Also Filter, so sieht der ABC-Filter aus. Das hier ist ein zusätzlicher Magnetfilter. Dann ist das hier die Konstruktion vom Vorbesitzer von der Pumpe der Schlauch. Ganz wilde Konstruktion mit irgendwelchen ganz komischen Schellen. Hier krumm abgeschnitten. Sieht auf jeden Fall experimentierfreudig aus. Das hier ist ein Original. So sollte er nämlich eigentlich aussehen. Hier ist es überall rausgelaufen, an der Stelle hier natürlich. Hier vorne ist es rausgelaufen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber der kommt auf jeden Fall raus. Dann haben wir hier zwei Federbeine für hinten. Ganz klassisch, wie man sie kennt. Was haben wir hier noch? Das hier ist der alte Ölfilter. Ja gut, der sieht gar nicht so schlimm aus, aber der ist jetzt nicht bröselig oder so. Ich liebe Öl an meinen Fingern. Hier sind zwei Sahnestücke schon restauriert von Christian. Die Ventileinheiten. Sieht mal, sieht wieder aus wie neu. Die ganzen Dichtungen und so ersetzt. Auch innen. Das seht ihr alles auf seinem Kanal, wie das ganz genau abläuft. Hier sind noch die zwei Endrohrblenden, damit das auch wieder vernünftig aussieht und die Spaghetti Rohre endlich ein Ende haben. Das ist erstmal heute so Phase. Ich glaube, da gibt schon ein bisschen Zeit auf jeden Fall rein. Und wir fangen jetzt an mit ABC Fahrwerk, vor allem mit Ventileinheiten an. Ja, ne? Ja, ich demutiere jetzt erstmal alle Verkleidungen, sprich Front ab, die ganzen Schrauben, Schlossträger, damit man an den Kondensator rankommt. Hier vorne sitzt hinter der Verkleidung. Wenn der Stoßfänger ab ist, kommt man auch einfach ran, weil die meisten sind alles 17er Anschlüsse, sprich vom Druckspeicher, von der Pumpe, von dem Tank. Schrauben wir alles ab, dann kann man die Ventileinheiten vom Dreh abnehmen. Hinten haben wir eine Verkleidung vom Unterboden. Ja. Also erstmal Ventileinheiten, dann geht das weiter mit dem Federbein. Ja, so sieht der Tisch jetzt hier Stunden später aus, ein kleines Chaos, aber so ist das nochmal. Das sind die alten Ventileinheiten hier, die und die, hier sind die Ventile, die muss man abmachen, um die eine Leitung abzubekommen, wenn der Stream gerade gesehen hat, der weiß Bescheid. Hier sind die neuen verbaut, wie man sehen kann, hier ist einmal vorne links. Und hinten links, da gehen wir gleich nochmal hin, da wurde alles neu abgedichtet. England Set, da habe ich schon mal drüber gesprochen, kann man ganz normal bei Ebay bestellen. Das hat Christian alles zu Hause in Heimarbeit abgedichtet. In Nachtschicht. In Nachtschicht. Haben wir es eingebaut, wie das genau eingebaut wird, habe ich jetzt nicht gefilmt. Schade. Ne, das war einfach zu viel Zeit und es wäre so ein Explosionsvideo geworden. Auf jeden Fall muss der ganze Kaderradatsch hier ab. Die Leitungen hier sind so hartnäckig gewesen, es hat so lange gedauert, die abzubekommen. Deswegen habe ich dann einen Stream davon gemacht. Wer dabei war, hat es gesehen. Wir checken natürlich noch im Anschluss, ob das noch alles funktioniert. Jetzt dürfte er vorne nicht mehr absacken. Und hinten natürlich auch nicht. Hinten sitzt er hier, schön glänzig wieder. Alles markiert hier, damit du auch weißt, wo welcher Stecker wieder rankommt. Hier sitzen die Leitungen dran. Einfach wunderschön und hoffe, dass jetzt hier nichts mehr absackt. Jetzt widmen wir uns dem Federbein. Wie spielt Hamis jetzt gerade? 1 Uhr? 1 Uhr ja. 1 Uhr nachts Hamis. Perfekte Zeit. Perfekte Zeit, sich hinten links dem Federbein zu widmen. Er macht das nicht um die Uhrzeit. Dafür muss die Hutablage raus, bin ich der Meinung. Hutablage, da sind dann die drei Schrauben. Und dann muss man, gut, Druck ist jetzt abgelassen wegen Ventileinheiten. Normalerweise muss man hier den Druck ablassen mit einer 11er Schraube, damit das Federbein einen nicht runterdrückt. Genau da. Und dann entfernt man hier die Verkleidung, Schraube raus, oben halt lösen, ein bisschen runterdrücken, raus und tschau. Ja, das schwierigste ist, glaube ich, die Hutablage da jetzt noch rauszuklappen. Ja. Schön eng. Vor allem den Innenraum, den wollen wir jetzt auch nicht dreckig machen. Genau, den schönen beigen Innenraum, der war auch noch nie dreckig. Das Ding kommt raus. Warum, hatte ich vorhin einmal angesprochen, wegen dem Domlager, was poltert, also der Poltergeist soll beseitigt werden. Schauen wir jetzt mal, wie sich das danach anhört, wenn das Ding da drin ist. Ich halte euch auf dem Laufenden und bis gleich, meine Freunde. Apropos, wir haben natürlich vorab das ganze ABC-Farbergsöl abgelassen. Hier sind 10 Liter Öl, was ich vorhin schon angesprochen hatte, plus ein Filter. Der neue Filter auch mit den drei Nanometern ist es, glaube ich, oder Mikrometer. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall der neue Filter. Und das kommt dann nachher noch alles drauf geschüttet. Jetzt mache ich erst mal Motoröl und dann schauen wir gleich nochmal, wie es da hinten dann aussieht auf der Hutablage bzw. unter der Hutablage. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe Bock, kann nicht mehr, ich bin müde. Ja, Mercedes ist doch gar nicht so dumm, wie man immer so denkt. Wir haben sich hier was cooles einfallen lassen und zwar, jetzt sind die drei Schrauben schon gelöst. Ihr seht die Muttern hier auf der Hutablage liegen. Nämlich, warte mal, da, da und da ist jeweils eine Schraube drinnen. Dafür braucht man nur diese Lautsprecherabdeckung hier lösen. Dann kommt man da dran, Fake-Lautsprecher, Fake-Lautsprecher, ne, da sind wir weg, oder? Da sind keine. Ach ne, da sind gar keine, ich dachte, da wären so Höhen drinnen. Ne, ja, Fake-Lautsprecherabdeckung lösen. Die Kopfstützen sind auch besser, wenn man die rausnimmt, weil da kommt man auch besser dran. Das hier muss gar nicht unbedingt ab, die Subwooferabdeckung und die ganze Hutablage auch nicht, wie wir es erst vermutet haben, bei der langen Version ist es allerdings so bzw. wenn man hinten Einzelsitze hat. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Zeitersparnis, eine schöne Zeitersparnis. Weil man an die eine Schraube nicht so easy rankommt, muss man dann hier, wo der Airbag hintersitzt, ich kann nicht mehr so gut drehen, ist schon ein bisschen später, ja, muss man das hier noch lösen. Und jetzt hat der Christian hier unten noch was Schönes gefunden. Jetzt habe ich das Poltern gefunden. Schau mal hier. Das können wir gleich mal Vergleich machen. zum anderen. Das ist... Ja, wir legen die gleich mal nebeneinander, würde ich sagen. Also der Poltergeist ist auf jeden Fall hier erkennbar. Erkennbar. das ist wahrscheinlich. Und unten ist es eigentlich noch extremer, finde ich. Hier ist der neue, alles gut, schön fest. Und hier siehst du richtig, wie ausgenudelt das ist. Das ist richtig extrem, finde ich. Guck mal, wie viel Spiel das hat jetzt. Ich hoffe, man sieht das so. Es ist echt, wenn man das vergleicht mit dem hier, wo sich einfach gar nichts bewegt. Das ist also ganz klar, woher es kommt. Und ich würde sagen, den Johnny rein jetzt. Und dann müsste das Poltern ein Ende haben. Andere Seite auch noch. Das ist ja genau das gleiche Problem. Der wird auch nicht viel anders aussehen. Glaub ich auch nicht. Kannst ja auch nochmal zeigen gleich. Ja, bis gleich. Zweites Filterbein ist mittlerweile auch fast so weit. Und Mercedes hat sich hier was ganz besonderes einfallen lassen. Die sogenannten Schnellverschlüsse. Die sind einfach, einfach und sehr schnell zu lösen. Eben da die Vorhaut runterziehen. Die Vorhaut, ja. Echt. Und dann geht es los. Ganz einfach. Also, innerhalb Sekunden lässt sich da mal so ein Federbein wechseln. Mit 10 Sekunden. Hier sieht man diese Kügelchen. Und dann muss eigentlich die Spange entrasten. Und dann kann man das ganz schnell wieder runterziehen. Seit 10 Minuten sind wir hier schon am... Entrasten. Entrasten. Und ausrasten. Kurz vom Ausrasten. Hier. Da ist das Ding. Wie ihr sehen könnt. Jetzt haben wir hier das hier. Bei der Manchette hat das nicht ganz überlebt. Noch ein paar Spinnennetze haben sich hier gefunden. Angesiedelt. Angesiedelt. Auf jeden Fall. Hier das Domlager ist nicht ganz so doll wie bei dem anderen. Es hat auch nicht so gepoltert. Die rechte Seite. Nicht so doll. Aber hat auch gepoltert. Also hier ist das Spiel. Und unten haben wir genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Auch hier Megaspiel drin. Ja. Da nix mehr zu retten. Nützt nix. Muss neu. Machen wir jetzt rein. So Leute. Halb 4 Uhr nachts. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es nützt ja nix. Die Federbeine sind wieder drin. Die Ventilblöcke sind drin. Und was brauchen wir noch? Richtig Öl. Ohne ABC Öl läuft es nicht. Und da gibt es natürlich auch einen neuen Filter. Das ist der neue Filter. Den habe ich hier schon mal in den Einsatz reingefriemelt. Und so sieht der alte aus. Ja hier ist die Kamera. So sieht der alte aus. Ja. 40 Euro bei Mercedes muss sein. Und jetzt hat der junge Mann Die Welt revolutioniert. In meinem Background noch einen ganz speziellen Trick für uns. Ja jetzt brauchen wir ein bisschen Druck aufs System auf. Beziehungsweise vor die Pumpe. Damit die nicht Luft ansaugt. Mhm. Und kaputt geht. Weil wir haben ja hier am System gearbeitet. Wir haben vorne den ABC Kühler hier abgehabt. Und Servo-Elimpungs-Kühler. Hier sieht man auch schön. Hier war die Schraube abgerissen. Hier war eine Schraube abgerissen. Hier war eine Schraube abgerissen. Hier war eine Schraube abgerissen. Alles wieder in Ordnung. Alle Schrauben sind wieder da wo sie hin sollen. Aber man hört. Das Öl fliegt schon in die... In die Kanäle, ne? Das gleiche mache ich auch mit der Servolenkung. Jetzt füllen wir das dementsprechend schön mit Öl auf. Einer setzt sich rein. Beziehungsweise erstmal Kühlmittel natürlich drauf. Das machen wir mit Unterdruck. 4 Liter Kühlmittel-Gyxantin. Blau. Gemischt mit Wasser. Und... Dann setze ich einer rein. Startet. Und ich gucke hier vorne. Und fülle da dementsprechend Pentosin. Hydraulik Öl nach. Pentosin, ja. Pentosin. Bevor die Kommentare über gespampt werden. Ja, das muss... Machen wir eine kleine Probefahrt. Und guck mal, ob das immer noch am Poltern ist. Ja, meine Lieben. 4 Jahrzehnte später haben wir endlich wieder die S-Klasse zurück. Und es ist jetzt gerade die erste Probefahrt. Ihr habt ja mitbekommen, was da los war. Generator hier und da. Habe ich im letzten Video, glaube ich, detailreich erklärt. Und das ist jetzt gerade hier die erste Probefahrt. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr poltern, nichts mehr klimpern. Das Niveau haben wir eben schon mal gecheckt. Wie lange stand das Auto da? 2 Tage? 2 Tage, ja. 2 Tage ist so geblieben wie es ist. Also das ist durch die neuen Ventileinheiten oder neu abgedichteten Ventileinheiten auf jeden Fall beseitigt. Poltern habe ich bis jetzt von hinten auch noch nicht gehört. Nur die Felgen nerven ein bisschen. Ja gut, hier liegen noch 2 alte Felgen. Die können jetzt das ein oder andere gleich mal klimpern. Aber Poltern ist weg. Hier vorne, gut, das... Armaturmbrett. Da fehlen alle 8 Schrauben. Da fehlen ein paar Schrauben vom Armaturmbrett. Vielleicht. Auch wie das riecht mit eurem Kombifilter. Traumhaft. Ja, stimmt. Und dieser Schimmel oder was, so Ekelgeruch. Der ist auf jeden Fall auch weg. Klima funktioniert auch, Leute. Auspuffslenden zeige ich euch gleich nochmal. Hier seht ihr das Ergebnis der Endrohre. Einfach drangeschweißt, sag ich mal. So ganz einfach war es nämlich nicht, weil die Vorrichtung von den Endrohren hier, die verläuft nämlich ein bisschen anders als die Endrohre, die da mal dran waren. Das heißt, man musste ein bisschen was ummodifizieren. Aber so ist das Endergebnis. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Es ist vom Abstand auch ganz schön mit zentriert. Und hier, dass man gerade so das AMG-Logo sehen kann, so finde ich das genau richtig. Und ich glaube, wenn die Folie ab ist, wirkt das auch nochmal ganz anders. Weiter geht's. Aber dieses Summen hier ist für mich immer noch ein bisschen befremdend. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf der Autobahn. 120 habe ich Dreh auf. Ich stehe mal ein bisschen rein hier in die Bude. Soll die ja jetzt eigentlich schön liegen. Wir haben den Reifen auch neu ausgemuchtet. Neue Reifen hinten. 160. Auf wieder eins. Weg, 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 weg. Jalai. Komm. Ja, Range Rover macht keinen Platz. Der will wohl einen Race. Der will einen Race, ja. Aber so können wir keinen Race fahren mehr mehr hinten und uns hintereinander stehen. Ja, wir schauen gleich nochmal eben. Ich versuche nochmal ein bisschen höher zu kommen. Vielleicht mal auf 200 oder so. So, einmal nochmal rein hier. Alter, das ist ein AMG. Der geht! Liegt gut, ne? Aber liegt wirklich gut auf der Straße. Etwas besser als der CL mit 21 Zoll. Kann ich vibrieren? Der ja voll geil, ne? Ja. 200 kmh. Offene Autobahnen hier. Kann man das ruhig mal machen. Ja. Was willst du mehr? Also vom Fahrverhältnis 1a, wie neu war, muss ich sagen. Vielleicht ja jetzt unter 189 oder sowas. 184.000 gelaufen. Da geht noch was. Parkstilometer kann ja noch. Damit banden wir das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Seid dabei. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Lasst ein schönes Like da für die ganze Mühe und Arbeit. Auch vielen Dank an Christian und an Autoservice Burnsen, die das ermöglicht haben, dass wir das so schnell und zügig durchziehen konnten. Ja. Vielen Dank und schönes Wochenende. Peace.